Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Runde Dishonored. So, wir haben jetzt hier gespeichert und wir machen uns gerade auf den Weg in den Dampfraum. Oh shit, wer ist denn noch? Toll, jetzt komme ich da nicht hin. Mist, komm mal her. Das haben die jetzt nicht gesehen, das ist gut. Ah, wo kommt der hin her? Wo will der hin? Verdammt, ich muss mal mit der Maus schnell hier durchrennen. Gut, dass sie die Ratte nicht beachten. Und jetzt schnell irgendwo hier hinten hin. Hier hin ist vielleicht gut. Jetzt hat er mich da noch gesehen. Ah, shit. Nein. Hör auf jetzt. So. Ach, geh doch selber zur Schlusslinie, komm her. Ja, ja, so wollte ich das eigentlich nicht machen, aber gut. Dich muss ich hier nicht unbedingt umbringen. Du kannst auch so hier rumliegen bleiben. Dich habe ich erwischt. Alles ist gut. So, weiter geht's. Den haben wir. Jetzt hoch. Da müssen wir auch noch einen umbringen. Ach, mit der Ratte war ich vielleicht eine gute Idee, hat aber nicht ganz geklappt, so wie ich das wollte. Aber mich juckt's, mich juckt's. Ich muss mich kratzen, das tut mir leid, aber das muss sein. So, da ist ein Rattenloch, okay. Die beiden haben mich gerade schon nicht gesehen, warum sollten sie mich jetzt sehen? Die Frage ist, wo ist der Rest? Kann ich das mal eben snacken von hier aus? Oh, shit. Uh. So. Oh mein Gott. Wo kommt ihr denn alle her? Wollt ihr mich alle verarschen, oder was? Das finde ich nicht gut. Schnell weg. Schnell weg, ey. Mist. Hörst du dich leise? Hier ist er. Attentäter, Hilfe. So, da bist du ja. So. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. So. Ha, 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 ha. Alter. Ich konnte gerade nicht, gar nicht reden hier. Das war die, dass ich mich nicht mehr suchen. Ich hab so ein bisschen Angst gekriegt jetzt hier. Ich werde dich finden. Aber es waren auch ganz schön viele. So. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ich glaub schon. So, wen such ich jetzt noch? Das Büro? Nee, ich brauch das Zimmer. Oben. Oben. Ich brauche Hilfe. Ach, halt's Maul. Ach. Noch so einer. Ja, komm. So. Ja, wisst ihr schon, wo ich bin? Kommst du denn? Wo kommt ihr mal? Nee, ist ja, hallo. Habt ihr dahin geportet? Das gibt's doch zu. Hallo, hab ich... Ah, nein, ich sterbe mich, sterbe mich, sterbe mich, sterbe. Upp, weg bin ich. Oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Letzter Speicherstund. Mal gucken, wo ich hier bin. Als wüsste ich das nicht. Hier. Hm, ist klar. Wie wollt ihr das hier erzählen? Hier, schnell laden. Komm her. Genau, hier bin ich. So, jetzt versuche ich das Ganze nochmal mit ein bisschen mehr Geschleiche. Ich lasse ich jetzt einfach hier erstmal weglaufen. Den muss ich umbringen, aber den brauche ich dann nicht umbringen. So, wo rennt der jetzt her? Das wäre mir lieb, wenn der keine Wache rufen würde. Ach, komm, hört doch auf. Hör auf, auf mich zu schießen. Dann wirst du einfach tot und dann ist gut. So. Dann snick ich mal eben was hier und dann bin ich wieder voll. Oh, Piranhas oder was? Und wie soll der ein BH bei sich? Die Ratten haben die anderen schon gefressen. Na gut, der ist jetzt erledigt. Dann kann ich jetzt wieder hochgehen. So, jetzt werden wir langsam vorgehen müssen. Gibt es hier unten irgendwelche Runen eigentlich oder Fragmente? Moment, der lebt ja noch. Ist er weggerannt? Hab der echt so eine Angst gehabt oder was? Ganz genau. Ach, der ist ja da drin. Hi. Oh nein. Oh bitte. Nein, nein, nein. Ich tue dir nichts. Wenn du versprichst, nicht zu schreien. Entschuldigung, ich wollte nicht umrempeln. Ich erdrossel dich einfach so ein bisschen, damit du still bist. Und dann kommen wir schon gut miteinander klar. Schlüssel nehmen wir mit. Danke. Und jetzt nach oben. Ich muss so weit wie möglich nach oben. Kann ich so, ne, so riskant, ne, mit so einer Maus. Die werde ich nicht so lange halten. Obwohl, hier kann ich diesen Kanal benutzen. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Das werde ich mal probieren. So, Ratte, wo bist du? Komm her. Hier warten gerade noch ein paar Ratten. Hallo. So, umdrehen. Und dann rennen wir mal schnell da hoch. Schnell ist so eine Sache, ne, mit Ratten. Das sind wahnsinnig schnelle Tiere, wie man weiß. Gucken, wo ich rauskomme, wenn ich jetzt hier durchgehe. Und dann auch so ein langer Tunnel. Oh je. Ganz schlechter Platz zum rauskommen. Oh je. Oh je. So, sind wir erstmal hier. Das ist schon viel besser. Nein, wieso? Was macht ihr jetzt hier? Warum? Ich renne doch schon. Geh weg doch. Geht doch alle von mir weg. Geht doch von mir weg. Tür auf. Hier kommt uns nicht lebend. Wo bist du? Hier ist er. Nein. Tschüss. Ich bin raus. Nein. 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 Das gibt es doch nicht. Was ist denn das für ein Level? Ich dreh durch. Jetzt kann ich das nochmal machen. Ja, letzter Speichersprung. Dann näht er mich wieder an die falsche Stelle. Dann kann ich wieder F9 drücken. Ja, wissen wir schon. Komm. Das gibt es doch nicht, ey. Also das Ganze nochmal. Unten sind ja nicht so viele. Die bringe ich jetzt einfach runter. Und da unten. Hallo. Zack, du bist direkt tot. Und du? Du bist allein gewonnen. Ja, schieß doch nicht auf mich. Was mit dir? Du stirbst einfach und dann ist gut. So, zack. Wo ist er denn? Hier hinterher. Hallo. Was war das denn für ein Bullet Time? Oh, da war ich verdammt schnell, glaube ich. Ja, du darfst auch sterben. So. Interessante Bullet Time hier. So, was gibt es hier noch für Räume? Was gibt es hier? Noch ein Schlüssel oder sowas? Nein. Nur ein kleines Buch. Interessiert mich nicht. So, wie komme ich jetzt da oben hin? Ohne, dass ich die ganzen Wachen wie auf den Hals sitze. Das brauche ich nicht. Bin auch voll. Also das mit der Ratte war nicht so eine gute Idee, wenn man wo rauskommt, wo es mich überhaupt nützt. Okay. Ich habe mich schon gut da oben hingeportet. Das war eigentlich ganz brauchbar. Das war auch nicht so schlecht. Jetzt, wo bin ich jetzt gelandet? Irgend so ein Separé. Das kann man ganz gut. Gut. Zu langsam reagiert, Junge. Zu langsam reagiert. Wohin mit dem? Wohin mit dem? Wohin mit dem? Wohin mit dem? Wohin? Aussperren. Ein Zwischenfall. Ihr kennt noch keine Details. Zwischenfall? Wohin mit dem? Wohin mit dem? Wohin mit dem? Wohin mit dem? So. Wer nicht sterben muss, der muss auch nicht sterben. Was ist denn hier los? Überall sind welche von diesen komischen Leuten. Zack. Du stehst aber gut da. Lalalalalala. Dann habe ich dich erwürgt. Wieso kann ich das nicht? Ich kann keine emotionale Stücke mehr tragen. Okay. Tschüss. So. Wieder einer weniger, der mich nervt. Der mich nervt. So. Jetzt kann ich doch einfach hier hoch in den... ...in den Raum reingehen und hoffen, dass ich da irgendwo hin muss. Schau mal, die Tür wäre zu hinter dir. Das nehmen wir natürlich mit. Schönes Riesenbett haben die hier. Uiuiui. Was man hier wohl draus machen kann. Schade, kein Spiegel an der Decke. Mhm. Cool. Jetzt oben mehr gibt es hier wohl nicht. Okay. Was kann man hier noch machen? Die Tür aufmachen? Und einfach nur einen Balkon. Okay. Ich drehe das Mausrat auch immer falsch rum. So, sind wir wieder draußen. Was ist das? Silver Room. Ich will auch in den goldenen Raum. Und da oben kommt noch einer her. Okay. Aber wir sind schon mal weiter als sonst. Ich drück mal hier F5. Einfach mal zwischendurch speichern. Das kann man immer gut gebrauchen. Und dann gehen wir mal weiter. Was ist denn hier los? Wer ist da? Hilfe! Umzingeln ihn! Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Warten Mörder! Ich bring einfach alles um. Na nein! 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 Er! Hui! Trink noch was, jawohl! Ah! Nein! Nein! Trink mal F9 drücken, dann kann ich die Stelle wieder zurückladen. Gut, dass ich gerade erst gespeichert habe. Genau, hier. Jetzt warten wir mal kurz die ersten Rucle ab. So, da hinten ist einer. Der ist mir egal. Die hat mich gesehen, die Schlampe. So, nun nicht mehr. Oh nein! Nein! Geht doch alle weg, ey! Ja, ja! Ich mach mich direkt wieder unsichtbar. Kommt her! Nein! Geht weg! Geht weg! Geht alle weg! Ja, und jetzt? Was macht der jetzt? Hihihi! Hihihi! Ja! Mhm, 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 mhm! Na, wisst ihr noch, wo ich bin? Ja, da ist auch noch eine Alarmbereitschaft. Jetzt warte ich mir erstmal, bis ihr weg seid. So, komm ich nicht rein. Oh, geht weg. Alter, wir sind gar nicht mal so dumm, ne? So. Naja, ihr seid irgendwo da oben. Ja, ich tue euch nix. Sehr gut. Ich muss aber trotzdem nach oben, hilft ja nix. Oh, nein. Ich komme nicht mehr weg, ey. Ich vergesse schon das Reden zwischendurch, einfach nur, weil ich hier auf der Flucht bin. Kann ich eh wieder hoch? Glaub nicht, ne? Der Fluss wird mich auch nicht retten, da will ich auch gar nicht hin. Komm, rein da. Wo bin ich jetzt? In diesem Zimmer, okay? Da war ich ja gerade schon mal. Das ist anstrengend. Hexenfisch, hm. Okay, da ist einer. Zu viele. Viel zu viele, die auf mich... Da oben ist der Pendleton. Den muss ich umbringen. Mal sehen, was passiert, wenn ich mich noch mal hinfügt. Ich kenne dich schon noch. Komm her. Da drin haben wir erledigt. Seht nach einem Herumtreiber aus. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Hm, seid selber verkackte Seuche hier. Ich versuche hier... Eigentlich wollte ich euch alle in Ruhe lassen, aber ihr habt mir keine andere Wahl gelassen hier. So. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Hilfe! Geht alle weg jetzt. Ich hab... Nein. Nein, schieß nicht auf mich. Schieß auf jemand anders. Das gibt es nicht. Ich bin einfach zu blöd hierfür. Ähm, sei es drum. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.